Nachdem Sie sich bei Argov registriert haben, können Sie nun Ihre Online-Steuererklärung eröffnen. Öffnen Sie die Informationsseite Umsteigen auf die Online-Steuererklärung unter zh.ch slash zhsteuern im Internetbrowser auf dem Computer. Falls Sie sich noch nicht für Argov registriert haben, sehen Sie sich unser Video Wie registriere ich mich für Argov an? Um die Steuererklärung zu eröffnen, klicken Sie auf Start. In der Kachel Jetzt Steuererklärung mit Argov eröffnen. Sie befinden sich nun auf der Startseite der Online-Steuererklärung. Klicken Sie dort auf Anwendung starten in der Kachel Vereinfachter Zugang mit Argov und anschließend auf Weiter mit Argov, um zur Anmeldeseite von Argov zu gelangen. Scannen Sie den QR-Code mit der Argov Access-App, um sich einzuloggen. Danach klicken Sie auf Anwendung starten in der Kachel zh Private Tax. Eröffnen Sie Ihre Steuererklärung, indem Sie das Steuerjahr, Ihre AHV-Nummer und Ihren Online-Zugangscode eingeben. Ihre AHV-Nummer und den Online-Zugangscode finden Sie auf dem Hauptformular der Steuererklärung oder auf dem Blatt mit den Zugangsdaten zur Steuererklärung Ihrer Gemeinde. Der Online-Zugangscode wird nur einmal benötigt, um die Steuererklärung zu eröffnen. Danach können Sie sich jederzeit über den vereinfachten Zugang mit Argov anmelden und Ihre Steuererklärung weiter bearbeiten. Klicken Sie jetzt auf Eröffnen. Nun sind Sie bereit, Ihre Online-Steuererklärung auszufüllen. Die Tour bietet Ihnen einen kurzen Überblick darüber, wie alles funktioniert. Sie können sich die Tour sofort anschauen oder wann immer Sie später möchten. Klicken Sie einfach auf Einführung, um die Tour zu starten. Falls Sie Ihre Steuererklärung bisher mit der Software Private Tax auf Ihrem Computer erstellt haben, können Sie Ihre Vorjahresdaten importieren. Klicken Sie hierzu auf Daten importieren und laden Sie die Datei mit der Endung P-Tax 23 von Ihrem Computer hoch. Ihre gespeicherten Daten werden direkt übernommen. Alle Ihre Eingaben in der Online-Steuererklärung werden automatisch gespeichert. Das bedeutet, Sie können jederzeit pausieren, sich abmelden und später weitermachen. Sie brauchen technische Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns über unsere Gratis-Telefonnummer oder das Kontaktformular. Unsere Kontaktdaten finden Sie im unteren Bereich der Informationsseite.